Der Silverjet 1 schließt am Katzberg die Lücke auf das Eineck. Vor 13 Jahren hat die Seilbahnerfamilie Bogensberger vom Katzberg die Lifte von Sankt Margareten auf der Salzburger Seite des Katzberg zum Gipfel des Eineck übernommen und nach und nach die bisherigen Sessel und Schlepplifte durch moderne Kabinenseilbahnen ersetzt. Schlusspunkt in dieser Investitionsphase war der neue Silverjet 1, eine 8er Kabinenbahn die als Hauptzubringer vom Tal zur Mittelstation führt, wo die Gäste dann vom Silverjet 2 übernommen werden. Im Vergleich zum früheren Doppelsessellift verdoppelt sich die Förderkapazität damit auf 2600 Personen pro Stunde. Die Fahrtzeit reduziert sich mit rund 5 Minuten auf die Hälfte. Der neue Silverjet kommt wie alle neuen Kabinenbahnen aus Wohlfurt von der Familie Doppelmayr. Glockenbuss Untertitelung. BR 2018